Da ist der Sparkasse der langen, seligen Stadt, Expresso. Das Pferd, 2.00 Uhr geht an den Start, erstes Mal vor 19.00 Uhr. Isabelle Hildebrandt, Weichel-Fahrverein, Rollenburger Hügeland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er erlaubte Zeit mit auf 68 Sekunden festgesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017